moin moin und hallo herzlich willkommen zu tag nummer 20 in unserem adventskalender special und ihr seht hier vor mir liegen schon ganz viele geile sachen wir hatten schon richtig coolen stuff dabei aber jetzt wird es spannend denn es sind nur noch ein paar tage heute ist der zwanzigste dann kommt der 21 22 23 24 was haben wir heute schön ist in unserem adventskalender und zwar eine uhr hat mir gestern heute kommt die brille glasses baby cool mal gucken wie geil das wird guck mal eine glasses brille so was haben wir denn hier so hier haben wir schon mal was und hier haben wir was was weihnachtliches und hier haben in brillen gestellt seht ihr man braucht gar nicht mehr zum optiker man holt sich einfach so ein ding hier und schon hast du alles dabei denn diese brille kann man wirklich gestalt schon mal so tragen läufiges oder so und diese brille gibt mir jetzt die power hier vernünftig zu schnippeln ok auf geht's wieder schnippeln los heute wird ein bisschen geschnippelt hier zack das heißt hier gehen wir rein und werden so gut wie möglich jetzt hier diesem muster folgen das ist so das sieht aus wie blüben wie schöne blüben und um die gläser kommen jetzt die blüben und im bereich der besagten blüben wird sich dann oder eher gesagt darüber damit wir noch draus gucken können darüber wird sich dann der weihnachtsmann blicken lassen also heute kommt der weihnachtsmann noch nicht zu uns nach hause aber wir können ihn schon hier auf unserer blumen glasses blumen brille betrachten und bestaunen nicht wahr man ich bin ein schnippel weltmeister durch das an ich ziehe hier meine runden durch so erstes ding haben wir jetzt geben wir in die zweite orgie die zweite ist hier der kopf unseres kumpels da schnippeln wir auch mal der runde rum so schnippelbibbel schön am öhrchen vorbei dann am bad vorbei der weihnachtsmann selber wurde ja oder gibt es schon lange jetzt nicht primär eine erfindung von coke sondern der leitet sich oder man denkt er leitet sich ab vom heiligen song nicholas der ja am 6 dezember schon am nikolaustag von uns erfreulich empfangen wir heißen wurden war und der nikolaus soll zu weihnachten ja uns die geschenke bringen bei manchen ist es aber auch das christkind was die geschenke bringen und bei anderen wiederum ist es ja irgendwas anderes der osterhase oder so keine ahnung vielleicht auch der muddi und der faddi und einer wird schon die geschenke bringen das ist das hauptsache oder nicht nein die hauptsache zu weihnachten ist dass wir eine schöne zeit zusammen haben egal ob wir gläubig sind oder nicht drauf geschissen egal hauptsache weihnachtszeit schöne zeit und alles ist schön geschmückt und alle freuen sich über die zeit so okay ich habe mich jetzt hier auch die brille wieder aussieht denn jetzt müssen wir die brille zusammenbauen dazu benutzen wir wieder unseren guten alten heizkleber der jetzt aufgehitzt werden sein sollte jetzt werden wir das nämlich hier aufkleben das heißt ich werde jetzt hier erst mal eine neue machen zack reloaded und jetzt baller ich mal hier ein kreis drauf so aufpassen dass ihr eure finger nicht damit rein süppelt so es ist ja nur papier was wir jetzt aufkleben deshalb müssen wir da jetzt nicht eine tonne drauf machen okay jetzt platzieren wir das da oben drauf so damit haben wir number one finish andrücken jetzt gehen wir die andere seite auch hier wieder volle konzentration leute wir müssen uns hier jetzt konzentrieren dass wir am rahmen der brille uns entlang machen und dann können wir hier diese dieses brillen dekor aufsetzen sehr nice sieht euch das rein wie cool ist das denn die weihnachtsbrille ist am start so jetzt kann man ein bisschen eintrocknen weihnachtsbrille ist dabei sieht echt fesch aus oder das ist der neueste hit auf dem catwalk da können wir dann ruhig eine modenschau mit abhalten okay jetzt habt ihr zwei möglichkeiten ihr könnt den weihnachtsmann hier voll reinballern oder ihr ballert den weihnachtsmann oben drauf ich denke mal wir ballern den oben drauf so das heißt ein stück dran weihnachtsmann kopf platzieren ansetzen ansetzen ankläden noch versuchen so gerade wie möglich auszurichten zweiten setzen wir auch an zack an drauf mit dem kopf jetzt gucke ich mir das kurz an sollte funktionieren und unsere geile weihnachtsbrille ist fertig ja mann läuft hier geil oder haha fescher kalender sag ich nur so dann sage ich vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und ich hoffe bis morgen zum 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 zum